In diesem Video gucken wir uns die drei besten Heizlüfter an. Alle Heizlüfter sind unten in der Videobeschreibung verlinkt. Finde in diesem Video heraus, welcher Heizlüfter der beste ist und worauf es ankommt. Und nun viel Spaß mit dem Video! DeLonghi Heizlüfter Der DeLonghi Heizlüfter ist ein Schnellheizer mit drei Leistungsstufen. 850 Watt in Stufe 1, 1150 Watt in Stufe 2 und 2000 Watt in Stufe 3. Er eignet sich für Räume mit einer maximalen Fläche von 60 Quadratmetern. Dank eines ergonomischen Tragegriffs lässt sich der Heizkörper leicht transportieren. Ein in den Schnellheizer integrierter Thermostat erlaubt eine einfache Steuerung der Leistungseinstellung und der Temperatur. Der Heizlüfter hat die Schutzart IP21 und ist deshalb nicht nur vor Fremdkörpern, sondern auch vor dem Eindringen von Wasser geschützt und kann im Badezimmer eingesetzt werden. Bedient wird der Schnellheizer über ein einfaches Bedienfeld mit mechanischen Regelknöpfen. Dieser Heizlüfter hat die Energieeffizienz Klasse A und ist in einem weiß-blauen Farbdesign gestaltet. Der Heizlüfter wird über Netzstrom betrieben und benötigt eine Netzspannung von 230 Volt aus einer gewöhnlichen Steckdose. Roventa Instan Comfort Der Roventa Instan Comfort Heizlüfter bietet eine maximale Leistung von 2400 Watt und verfügt über ein Zweiganggetriebe inklusive einer zweiten Leistungsstufe mit 1200 Watt. Ein elektronischer Thermostat regelt die Einstellung der Temperatur und der Heizstufe. Der Heizlüfter ist an heißen Tagen auch zum Kühlen geeignet, da der integrierte Ventilator mit abgeschalteter Heizung betrieben werden kann. Roventa betont den sehr leisen Lauf des Heizlüfters, der auf einer Geräuschentwicklung von nur 45 Dezibel kommen soll. Für eine intuitive Steuerung des Heizlüfters sollen zwei Regler mit einer Markierung sorgen. Der Heizkörper hat eine integrierte Frostschutzautomatik und verfügt über ein großes Frontgitter vor dem Ventilator. Ein Tragegriff an der Rückseite soll den Transport des Lüfters erleichtern, er wird über Netzstrom betrieben und benötigt eine Spannung von 230 Volt aus einer herkömmlichen Steckdose. Pro Breeze PB H01 EU Heizlüfter Dieser Heizlüfter hat eine Leistung von 2000 Watt und eignet sich für die Verwendung in Wohnzimmern, Badezimmern, Schlafzimmern, Büros oder auf Terrassen. Für eine optimale Wärmeverteilung im Raum hat der Heizlüfter eine integrierte 60 Grad Oszillation. Dank eines regelbaren Thermostats und zwei Leistungsstufen kann die gewünschte Heiztemperatur leicht eingestellt werden. Der Lüfter verwendet die Keramikheiztechnik, die schneller und effizienter arbeiten soll als vergleichbare Heizungssysteme. Mit seinem integrierten Tragegriff lässt sich der Keramikheizlifter problemlos von einem Einsatzort zum nächsten tragen. Er wird mit 230 Volt Netzstrom betrieben. Eine Bedienungsanleitung liegt der Lieferung bei oder ist auf der Webseite von Pro Breeze erhältlich. Für alle Heizlüfter des Unternehmens gilt eine 12-monatige Garantie ab Kaufdatum. Untertitelung des ZDF für funk, 2017